Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich muss euch alle herzlich willkommen zur nächsten Folge von Field of Glory 2. Medieval gegen Servitan, Vitan, wie auch noch, ne? Also Servitan im Discord und dann, ihr wisst, was ich meine. So, das sind die Deutschen gegen die Balten, wo er ja absichtlich die schlechtere Fraktion gewählt hat. Müssen wir jetzt mal gucken, wie es jetzt läuft. Okay, das ist sogar schlecht für uns, wie das gelaufen ist. Ja gut, den Kampf verliert er. Jetzt gehe ich dann nochmal in den Kampf wahrscheinlich. Nee. Okay. Ja. Hä? Ich wollte gerade sagen, was macht der denn da? Stark ungeordnet. Ist halt ein bisschen blöd, dass der eigentlich jetzt die ganze Zeit sich nur verpieselt, ne? Ähm, komm hier. So, Kontakt, zack, geschwächt. Schade, dass er nicht verfolgt hat. Das kann aber eben in die Flanke fallen, das ist tendenziell kacke. Ähm, Flankenangriff. Panik, sehr schön. Ein, 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 ein. Die kann ja nicht mal schießen. Der kann schießen. Ja, gut, zwölf ist okay. Der kann ja nicht so schön. So. Der guckt sich das hier an, was hier rauskommt. Ich hätte nicht so weit gehen sollen. Lass uns halt mal gucken. Lass uns halt mal gucken. So, das ist vielleicht ein bisschen doof, weil er hier schon steht. Ich dachte, der hat hier Infanterie drin, nicht die drei Kavalleristen. Aber tendenziell sogar in der Flanke sollten die das aushalten können. Ähm ... So, perfekt. Jetzt haben wir die nächsten Truppen im Kampf. Das passt. Ähm ... Dann könnte ich nächste Runde hier reinlaufen. Nochmal flankieren. Jo ... Wir werden sehen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.